Ja, hi und herzlich willkommen zur dritten Runde. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute machen wir etwas Neues. Und zwar haben wir nicht wie die letzten Male 30 Übungen, sondern wir machen nur 6. Nein, wir machen 6 Übungen in einem Zirkel und diesen Zirkel machen wir 3 Mal. Das ist wesentlich angenehmer, weil man nicht die ganze Zeit variieren muss innerhalb der Übung. Und im dritten Zirkel haben wir die Übungen dann so gut drauf, dass wir die ganz schnell hintereinander machen können. Das ist unser Ziel. Es sind auch Basic Übungen, also die haben wir alle schon gemacht, die kennt ihr alle. Genau, schnappt euch Wasser, eure Matte. Und dann werden wir uns erstmal auf, würde ich sagen, um nicht, dass wir gleich anfangen, rumzuspringen. Und dann kreisen die Schultern nach hinten, nach vorne. Jetzt die Hüfte auch. Wir haben alles gut auf. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, wenn mir was morgen sehr kalt ist. Ich bin ja eher so der Sommertyp. Aber gut, wechseln wir. Sehr gut. Und wir fangen kurz an mit einem schnellen Marsch. Zack, zack, zack. Knie hoch. Komm gut in die Befehlung. Wir haben uns auch für unsere Zirkelübungen. Zack, zack, zack. Achtung, wir tappen. Fühlt euch frei. Wenn ihr die Arme nach oben nehmen wollt, dann schwingt ihr nach oben. Oder auf zur Seite. Hauptsache, ihr werdet hier gut warm. Yes. Achtung, letzten fünf, vier, drei, zwei und eins. Sehr gut. Alles klar, wir bleiben in Bewegung. Bleibt im Marsch. Unsere erste Aufwärmübung. Die gehört noch nicht zum Zirkel. Das ist quasi nur kurz zum Warm-up, ein Add-on. Wie quasi der Handbücher, nur im Criss-Cross-System. Achtung, ich mache vor. Und wir beginnen schon im 1-Minute-System. Kommt in die Position. Und wir starten. Yes. Ich verspreche, das ist unsere einzige richtig dynamische Hüftübung. Sehr gut. So wird der Rücken auch gut warm. Zack. Sehr gut. Wir werden aktuell noch den Standard-Fampeln anmachen. Aber ich finde hier immer ganz gut, dass es was anderes ist. Zack. Habt ihr geschafft. Sehr gut. Durchhalten die Momente wirklich nur einmal. Und jetzt die letzten fünf laufen. Stopp. Yes. Mir ist warm. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und wir kommen zu unserer ersten Übung in unserem Zirkel. Die erste Übung sind Cross-Lunges. Veränderung. Und jetzt die ersten Übung in der ersten Übung in der ersten Übung in der ersten Übung in der ersten Übung. Und jetzt ist die ersten Übung in der ersten Übung in der ersten Übung. Schulter nach hinten, stolze Haltung. Sehr gut. Also wie so ein Skater-Move. Zack. Sehr gut. Zack, und nach hinten. Richtig nach hinten setzen. Denn jetzt hier setzen wir uns wirklich nach hinten. Also wenn wir den Bruch spüren, ja, seitlichen Bruchmuskel. Achtung, letzten 10 Sekunden laufen. Sehr gut. Und 3, 2, 1. Ja, sehr gut. Zweite Übung, Squats. Klassiker. Den habt ihr bestimmt alle drauf. Dann aber richtig auf die Technik achten. Knie nicht über die Zehnschritte. Ganz wichtig. Go. Zack. Richtig nach hinten setzen. Zack. Rücken gerade. Bauch fest. Das könnte man eigentlich immer bei jeder Übung sagen. Bauch fest. Aktiv. Ja. Und wenn wir oben sind, spannen wir den Po an. Zusammenkneifen. Ja. Ja, sehr gut. Hälfte geschafft. Sehr gut. Durchhalten. Wenn ihr wollt, müsst ihr auch nicht komplett durchschneiden. Ihr könnt quasi in diesem Bound bleiben. Yes. Und letzten 10 Sekunden. Sehr gut. Und 5, 4, 3, Achtung. Wir bleiben unten. Wir bleiben unten. Halten, halten, halten. Für 5, 4, 3, 2, 1. Das war schon drin. Kurz trinken, wenn ihr wollt. Dann geht's weiter. Mit Bridge. Achtung, wir kommen auf die Matte. In Rückenlage. Wir haben hier auch dynamische Wechsel. Das heißt, wir kommen vom Stehen zum Liegen, zum Sitzen. Es grubbelt das Ganze ein bisschen an. Achtung, die Bridge. Arme neben dem Körper auf der Matte ablegen. Und vom Becken aus nach oben pressen. Sehr gut. Und Polen, Bauch sind ganz fest. Los geht's. Start. Ihr könnt auch die Arme in die Matte drücken. Dann merkt ihr so einen Widerstand. Yes. Und pressen. Und pressen. So weit es geht. Nach oben. Wir legen nicht ab. Jetzt hält wir dir gleich gleich. Aber wir legen nicht ab. Und pressen. Yes. Sehr gut. Halte geschafft. Ich hab die effektivsten Übungen in einen Zykkel gepackt. Die wir dreimal machen. Dann sind wir aber sowas von fit. Das ist halt nicht die Quantität der Übungen. Also wie viele wir machen, nur die Regelmäßigkeit. Das ist der Key. Zack. Sehr gut. Und letzten fünf laufen. Achtung auf mein Go. Bleiben wir oben. Und halten. Go. Halten, halten. Bauch und Po fest für fünf, vier, drei, zwei, eins. Yes. Sehr gut. Nächste Übung sind Star Apps. Erste Übung für den Bauch. Voll gemacht. Kennt ihr auch von den letzten Kurven? Päckchen und Stern. Päckchen und Stern. Alles klar? Los. Geht's. Päckchen und Stern. Päckchen. Stern. Yes. Die Minute läuft. Sehr gut. Passend zur Weihnachtszeit. Weihnachtspäckchen und Stern. Alles klar? Sehr gut. Schultern im Kopf möglichst von der Masse abgewürzt. Wenn es nicht geht, könnt ihr hier aber auch ablegen. Da arbeitet der Bauch auch. Aber für die Intensität bleiben wir oben. Zack. Achtung auf mein Go. Halten wir im Stern. Und go. Halten, halten, halten. Halten. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Juhu. Sehr, sehr gut. Nächste Übung für den Bauch ist folgende. Single Leg Drops. Nenne ich die? Oder nennt man die? Lieber ein Sit-up. Nackenboden gestützt. Ellenbogen so weit, wie es geht auseinander. Beide Beine sind rumgestreckt. Durchgestreckt. Und wir senken erst das eine. Und wenn das wieder oben angekommen ist, auch das nächste. Also quasi ein fliegender Wechsel. Achtung. Eine Minute. Läuft. Zack. Sehr, sehr gut. Bauch ist fest. Wir merken vor allem, wenn wir auch langsamer runtergehen, wie richtig die Bauchmuskeln arbeiten. Ja, wir haben alle Bauchmuskeln. Und manchmal sind die eben geschützt. Zack. Heftig Schwung geschafft. Sehr gut. Und jetzt. Yes. Durchhalten. Alles klar. 15 Sekunden noch. Sehr, sehr gut. Letzten fünf laufen. Und drei. Zwei. Eins. Die letzte Übung. Die sechste Übung in unserem Zirkel ist meine Lieblingsübung, weil da alles arbeitet. Ich weiß gerade nicht, ob das hier ironisch war oder nicht. Was wir hier noch überlegen. Die Plank. Wir sind im Brett eine Minute lang. Bewegt sich kaum was. Das ist auch die Devise. Also je mehr man sich bewegt, desto mehr Kraft verliert man. Daher kommt ihr in die Ausgangsposition. Und auf mein Go strecken wir die Beine aus. Und der Popo ist so flach wie möglich. Nicht hier oben. So flach wie möglich. Wenn es gerne steht, könnt ihr ausweichen. Aber nicht ablegen. Alles klar? Und go. Durchhalten. Hier müssen wir uns gar nicht bewegen. Nur halten. Nur halten. In Anführungszeichen. Die Frage, was anstrengender ist. Ob man eine Dynamischübung macht oder so eine Halteübung. Haltet durch. Wenn das nicht geht, wechselt ab. Ihr könnt auch die Arme durchschalten. Habt ihr hier bleibt um. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Yes. Es wäre dann wechseln, aber dann ist das wieder dynamisch. Und über Anstrengung. Einmal lieber halten. Achtung, recht gut. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Erste Runde geschafft. Erster Züttel. Check. Das Ganze noch zweimal. Trinkt was. Atme tief ein und aus. Sehr gut. Kurze Verschnauzpause. Atme tief ein und aus. Derbe macht ihr das. Den Stolz an euch. Durchhalten. Zweite Runde. Alles klar? Ihr wisst, wie es beginnt. Cross-Longers. Ich stelle wieder meinen Sensationell-Timer. Sensationell-Timer an. Und los geht's. Cross. Cross. Yes. Sehr, sehr gut. Ihr könnt entweder die Arme mitnehmen. Oder aber hier vorne halten. Ist auch okay. Zack. So weit es geht nach hinten. In den Cross. In den Trips. Yes. Hauptsache, ihr seid hier gerade. Bauch fest. Und ihr seid hier im rechten Winkel. Hälfte geschafft. Popo wächst. Danach haben wir alle so einen Wurm. Zack. Zack. Sehr, sehr gut. Jetzt die Zehen laufen. Achtung. Danach gehen wir quasi smooth in die Squats rein. Drei. Zwei. Und tief. Eins. Sehr gut. Time I'll be set. Time I'll be set. Go Squats. Sehr gut. Sehr gut. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier auch den Pliee Squat machen. Zehenspitzen und Knie und Teigen nach außen. Wie ihr wollt. Was ihr gerade möchtet. Wieder die Standard Squats. Oder für die Indomarschentel auch was. Das ist unser heutiger Zirpel. Sechs Evo. Die ziehen wir durch. Alles klar. Hälfte geschafft. Geht auch langsam an, natürlich. Tief. Habt doch hier. Spürt eure Beine, eurem Popo. Einen angespannten Bauch. Letzten 15 laufen. Achtung. Achtung auf mein Popo halten. Hier unten. Und go. Halten, halten, halten. Atmet euch hier rein. Für fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Der Hitz, der kommt nach unten. Die Bridge. Die Brücke. Arme ablegen und nach oben pressen. Sehr, sehr gut. Können wir ein bisschen entspannen. Der Oberkörper, der Nacken. Hier arbeitet der Popo. Wir drücken uns raus. Wenn das zu wenig ist, kann die Ferne noch hin. Zack. Dann ist das nochmal eine Steigerung. Zack. Zack. Hälfte geschafft. Und nach oben drücken. Zack. Bauch und Po sind ganz fest. Wirklich Po richtig zusammenknüllen. Sehr gut. Auf mein Go. Halten wir oben. Mir ist richtig warm. Das sieht man mal. Zykulierung haben wir in andere Tensität. Achtung. Go. Sehr gut. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und eins. Auflegen. Sehr gut. Star-Alps sind jetzt dran. Und zwar Päckchen, Stern. Bereits. Go. Päckchen, Stern. Päckchen. Versucht hier wirklich richtig. Weit weg vom Körper zu gehen. Extrem, extremer. Zack. Yes. Sehr gut macht ihr das. Habt ihr eigentlich schon Kekse gebacken? Oder so? Gutes Thema für Sorgart. Habt ihr mich überlegt, irgendwelche gesunden Haferpäckchen Kekse zu machen oder so? Wenn ihr irgendwelche Rezepte habt, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ansonsten schreibt auch gerne in die Kommentare, wie es euch gefällt. Es ist mir wirklich wichtig, wenn ihr das Video auch seht. Letzten fünfte Sekunden. Wir halten für fünf, vier, drei, zwei, eins. Achtung, nächste Übung. Single Leg Drops. Wir bleiben auf der Matte. Strecken die Beine in die Höhe. Kapp und Schultern sind vor der Matte gelöst. Und wir senken und heben an. Fliegen, da wechseln. Und go. Mit euren Nacken hier stützen. Bauchnabel eingezogen. Bauch ist fest. Sehr gut. Genau, also wenn ihr das Video mitmacht und das Video seht, da schreibt gerne in die Kommentare, damit ich weiß, dass ihr dabei seid. Und ich weiß, dass ich das hier nicht alleine mache. Sehr gut. Ich freue mich aber dann auch schon, wenn es losgeht im Fitnessstudio. Aber wir müssen geduldig sein. Wir machen das alles zusammen. Alles klar? So wurden wir durch die Kuh geschafft. Spüren das Feuer in uns. Acht, um den letzten zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, und eins. Yes. Atme tief ein und aus. Und bereitet euch vor für unsere letzte Übung im Zirkeln. Plank. Die zweite Runde schon geschafft. Nur noch ein Zirkel. Und wir dehnen uns und sind ready. Alles klar? Kommt in Position. Wir planken. Bereit? Und go. Übrigens, wenn ihr das seht, dann schreibt mir auf, was eure Kurze ist im Plank. Ich warte immer noch. Yes. Halten, halten, halten. Alles ist fest. Der ganze Körper arbeitet. Sehr gut. Letzte Übung im zweiten Zirkel. So schnell geht's. Hälfte geschafft. Deine Zirkel noch mal ein bisschen weiter unten. Ich glaube, ich habe mich letztes Mal auch erwischt, wo ich ihn zu hoch hatte. Yes. Sehr gut. Halten, halten, halten. Letzten zehn. Sehr gut. Halten durch. Und fünf, vier, drei, zwei, eins. Ich bin ja nur mehr junge Frau. Alles klar. Der ganze Runde. Drehen kurz was. Wir werden uns auch kurz schrecken. Ein, ein. Ein. Und dann die andere. Und letzte Runde. Sieht schon ganz kurz aus, aber das ist nicht schön. Wir sind ja eh unter uns. Alles klar. Wir kommen wieder in den Stand. Cross Langes. Jetzt achte ich vor allem auch auf den fließenden Verlauf der Übungen. Wir kennen die ganzen Übungen. Wir wissen, wie sie technisch zu machen sind. Go. Und jetzt können wir quasi Endspurt machen. Dritter, letzter Zirkel. Zieh durch die Übung. Machen wir jetzt wirklich das letzte Mal. Skater. Ta. Ta. Sehr gut. Ihr könnt hier auch große Schritte machen. den Raum nutzen. Yes. Yes. Länge der Matte. Atmet euch hier rein. Sehr gut. Letzten 10 Sekunden. Sehr gut. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Acht. Eins. Nächste Übung. Squat. Kniebeugen. Achtung. Los geht's. Tack. Ihr könnt ja auch quasi die Matte nutzen. und die Beine neben der Matte stellen. Also außerhalb. Habt ihr auch eine gute Beinstellung. Yes. Fünf. 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 Rücken gerade, Bauch fest. Yes. Sehr gut. Fünf. 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 Und letzten 20 Sekunden. Achtung. Gleich halten wir wieder. Es gibt so viele falsche Schienen und Variationen von Squats. Aber alle sind gut. Achtung. Go. Das ist so die Standardübung. Die ist immer wichtig. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Sehr, sehr gut. Auf die Matte. Yes. Bridge. Achtung. Kommt zur Rückenlage. Positioniert euch. Und go. Tack. Wir schleifen und setzen durch. Letzter Runde. Und Halbzeit. Halbzeit des dritten Zirkels. Und nach oben drücken. Nochmal. Die ganze Kraftzone. Zack. Wir halten gleich noch ein bisschen länger. Achtung. Hälfte geschafft. Und nach oben drücken. Yes. Bauch aktiv anspannen. Achtung. Wir halten. Wir halten oben. Bleibt oben. Yes. Für zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Yes. So. Kommen wir zu den letzten Übungen für den Bauch. Alles klar. Da ist. Es wird nochmal das letzte Mal weihnachtlich. Für heute. Und go. Päckchen Stern. Päckchen. Sehr gut. Schreibt auch heute, was eure Lieblingsübung war in den sechs Übungen. Zack. Haltzeit. Haltzeit. 30 Sekunden noch. Achtung auf mein Go, halten wir wieder. Wenn das nicht geht, könnt ihr hier auch dazwischenzeitig stützen. Hauptsache die Beine gehen weiter. Achtung! Und Go! Wir halten. Halten, halten, halten für fünf, vier, drei, zwei und eins. Yes! Single Leg Drops. Ihr merkt, man braucht gar nicht viele Übungen. Es reichen vielleicht auch sogar nur vier. Wenn man die jeden Tag oder alle zwei Tage macht, ist man gut dabei. Und die kann man überall machen. Alles klar? Los geht's. Kommt in die Ausgangsposition. Und Go! Zack! Yes! Ellenbogen auseinander. Könnt ihr auch hier zeigen. Aber beide bleiben in der Luft. Fliegender Wechsel. Zack! Zack! Ihr merkt doch, vielleicht geht der Driftzüpfel auch am schnellsten vorbei. Dann ist die Übung drauf. Es geht hier, die sind. Alles klar? Hälfte geschafft. Beide nochmal komplett durchstrecken. Alles arbeitet. Du brauchst fest. Yes! Stimmst du Sekunden noch? Achtung! Wenn ich Go sage, halten wir das Bein unten. So! Halten, halten, halten. Drei, zwei, eins. Wieder nach oben. Und das andere. Go! Halten, halten, halten. Drei, zwei, eins. Und dann ist das. Und noch die letzte Übung. Und dann haben wir es geschafft. Und dehnen uns. Alles klar. Letzte Übung. Plank. Kommt in die Position. Und los geht's. Sehr, sehr gut. Gut. Bleibt unten. Gebt nochmal alles. Letzte Übung. Yes! Sehr gut. Schulterklopf. 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 Hehehe. 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 Durchhalten. Nicht zacken. Seidern ist okay. Aber bleibt. In einer Position. Hehehe. 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 Stückchen weiter nach unten. Achtung! Letzten. Zehn Sekunden. Halle auf Fremden. Und, und. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Hehehe. Sehr. Sehr. Gut. Achtung. Kommt nochmal in die Rückenlage. Wir dehnen uns. Trinkt vielleicht noch kurz was. Drei. Zirkel. H6 Übung. Habt ihr richtig gut gemacht. H6. 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 Wir machen hier eine kleine Rückenmassage. Als Belohnung. H6. H7. 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 Also wechseln, rechter Fuß unterhalb des linken Knies, linker Fuß unterhalb des rechten Knies, erwischt, rechte Spanien angezogen und links wird tendenziell nach außen fächer. Und ein- und aus, wegstoßen. Sehr, sehr gut. Und den ist genauso wichtig wie die Übung, damit wir morgen nicht so viel Muskelkater haben, die Mobilität stärken. Nicht länger verbindlich bleiben. Das ist doch unser Ziel, ne? Alles klar. Kreis nochmal kurz. Und in die andere Richtung. Achtung, wir kommen nach oben. Wie ihr nach oben kommt, ist euch überlassen. Sehr gut. Wir dehnen nochmal kurz die Hintergrundbeine. Und wechseln. Sehr gut. Noch kurz zur einen Seite. Sehr gut. Und die andere. Und dreimal tief ein- und ausatmen. Dann haben wir es geschafft. Und noch einmal. Sehr, sehr gut. Schön, dass ihr wieder heute dabei seid. Und es hat richtig viel Spaß gemacht. Lasst ein Feedback da. Und bis nächste Woche. .